habt ihr eigentlich schon mal was von einem pleasure walk gehört und zwar wenn man draußen spazieren geht kann man sich einfach nur auf die details konzentrieren also zum beispiel dass hier ein baum steht oder da eine blume ist ohne das ganze zu beurteilen und wenn man das tut und die ganzen bewertungen ausblendet dann ist man so hundertprozentig im hier und jetzt einfach mal die schönheit der natur wahrnehmen und bewusst genießen die sonne geht gleich unter ohne an gestern zu denken oder morgen so